Zum Einstieg zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde. Von uns. Für Sie. Was treiben Sie denn da? Der Piratensender Powerplay sendet wieder. Was? Verdammt. Die Frauen schreien, wenn sie mich sehen. Und alle wollen nur mit mir noch gehen, doch will ich Ihnen mal was sagen, fang ich gleich zu stottern an. Ich sage, Mädels, hat es mit uns weg? Ich muss, 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 doch dann, dann sind Sie weg. Toll seht ihr aus. Sehr sexy. Passt bloß auf, dass euch die Bullen nicht verführen. Mensch, das war keine Frau. Das waren Sie aufsitzen. Oh, toll. Ja, Radio Powerplay. Sagen Sie bloß, Sie hören das auch. Ja, das ist sozusagen mein Lieblingsender. Sind Sie immer Mittelpunkt auf Partys, dann nehmen Sie Skunk. Skunk für alle, die gern mal allein sein möchten. Denn Single sein ist in. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben schon wieder falsch gepeilt. Das kann gar nicht sein. Der Sender muss genau hier stehen. Das tut er aber nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist jetzt das sechste Mal. Sie vollidiot. Das ist zu viel. Also gut, Sie halbidiot, Sie. Und weil wir auch heute wieder etwas lernen wollen, der dümmste Spruch des Tages mit Tommy. Wer ewig lebt, der geht nicht tot. Denn ewig wird am längsten. Wir könnten doch einen kleinen Vergleichskampf veranstalten. Kommen Sie. Grüß Gott, Kollege, Sie schickt den Himmel. Drüben in der Bungalersiedlung gegen eine Frau ein Kind. Was? Ein Babymensch, fahr los. Hallo, und hier ist ein Titel für alle werdenden Mütter. Keine Angst, Mädels, vielleicht wird es ja so einer wie ich. Nun sagen Sie doch endlich was, Doktor. Irgendwas. Ich glaube, Sie kriegt ein Kind, hä? Raus. 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 Der Sonderer, der Perücke. Loslassen. Nicht loslassen. Saures geben. Sind Sie wahnsinnig. Herr. Gratis. Das ist ein militärischer Sicherheitsbereich. Ich habe das strengsten Befehl. Ja, sehen Sie denn nicht, dass wir von der Polizei sind? Helfer! Wow, hier ist Radio Powerplay. So erfrischend illegal. Radio Powerplay. Radio Powerplay. Radio Powerplay. Radio Powerplay. Vielen Dank.